Hallo und herzlich willkommen zu Botching TV, dem kürzesten Reisemagazin der Welt. Hier aus dem Regenwald in Cairns. Und ich stehe hier in einem Fluss und habe nicht viel zu tun. Und falls ihr das auch mal machen wollt, in einem Fluss stehen und nicht viel zu tun haben, dann kommt her nach Cairns und nach Australien, liegt im Norden davon und guckt euch das an. Ja, wenn ihr es nicht so mögt, im Fluss zu stehen, ohne was zu tun zu haben, euer Schuld, ich bin Benjamin Main von Botching TV. Dies ist ein Fluss, in nirgendwo. Tschüss.